Die neue Szene ist total abwechslungsreich. Ich sag herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday. Macht es weiter so. Und ich liebe das Gerillte. Ich gratuliere euch ganz herzlich. Natürlich gratuliere auch ich der neuen Szene. Alles Gute weiterhin und keep on rockin'. Ihr als Stadtmagazin seid unfassbar wichtig für die Popkultur in Augsburg. Weitermachen. Soll ich jetzt die Klappe halten? Soll ich jetzt die Klappe halten?